Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Runaway. In der letzten Folge haben ja diese hübsche Anleitung bekommen. Und die ist auf Schwedisch und wir müssen sie übersetzen, damit die Hausmeisterin wahrscheinlich weggeht. Schätze ich jedenfalls mal. Und wir an ihr Werkzeug kommen. Jetzt wollen wir mal schauen, kann ich vielleicht das Handy damit benutzen. Also, dass ich... Das ist ja so ein Smartphone, dass ich da irgendwie was rauskriege aus dem Internet. Hm. Ich glaube, ich habe schon bessere Ideen gehabt. Schade. Kann ich es einfach mit China-Soap benutzen? Das scheint mir keine gute Idee. Ah. Achso, das sind hier noch weitere Montageanleitungen. Die Handynummer, von der Brian mich angerufen und... Okay, das hat man auch schon. Es ist leer. Okay. So viel dazu. Dann hätte ich gesagt, schauen wir uns hier einfach nochmal weiter um. Vielleicht können wir ja noch irgendetwas finden. Da haben wir diese Montageanleitungen. Sie sieht genauso aus wie die, die mir Luanne gegeben hat. Nein, eine reicht völlig. Okay, dann haben wir hier unten noch einen Kühlschrank. Wie merkwürdig. Er ist eingeschaltet, aber leer. Klar. Mal sehen, wer genug Mumm hat, da was reinzulegen. Warum? Weil der dir schon beim Öffnen die Nase abfriert. Poh. Alles wird sofort zu Eis. Sei bloß vorsichtig damit. Oh, ich weiß nicht, warum ich dir das überhaupt erzählt habe. Ja, die ist sehr, sehr nett. Nicht nötig. Die Tür ist durchsichtig und er ist leer. Haben wir denn etwas, was verfa... Ah, ja, natürlich. Für später könnte das wichtig sein. Für dieses Energieband von Agatha. Das ist doch wärmetemperaturabhängig. Äh, wärmetemperatur. Ähm, ja. Doppelt gemoppelt. Äh, temperaturabhängig. Da könnte das sehr, sehr nützlich sein. Was haben wir da? Da haben wir ein Tor. Laut Luanne liegt dort eine Flex, die sie sehr gern hat. Nein, Luanne hat gesagt, sie verpasst mir eine. Okay. Da haben wir noch einen Ofen. Viel Wärme gibt er nicht. Aber es ist auch nicht kalt heute. Das könnte auch noch wichtig sein für diese Energie... Äh, für diese... Für diese... Für dieses Kabel. Wärme. Empfindliche Kabel. In Dreiteufelsnamen. Ah. Wenn wir jetzt die Tür öffnen, geht sie dann raus, weil es ja zu kalt wird. Vielleicht... Nachdem, was... Da haben wir auf jeden Fall auch noch Werkzeug. Hammer, Zange, Pfeile, Schere. Von allem etwas. Ich kann nicht alles mitnehmen, aber... Die Pfeile hier könnte mir nützlich sein. Okay. Wir haben eine Pfeile. Der muss seit Ewigkeiten hier stehen. Den da? Den könnte ich nicht mal nach einem Jahr Krafttraining bewegen. Okay. Ich glaube, das... Ne, da haben wir auch noch was. Wenn Luang die alle zusammenbauen muss. Bei ihrem Tempo. Nein. Es reicht mir, Brian aus seinem rausholen zu müssen. Hm. 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 Was mich halt auch irritiert ist, jetzt, wenn man den Ofen ausmacht, fängt sie an, rumzunäsen. Ob das nicht vielleicht auch irgendwas bedeutet? Ein Dreiteufelsnamen. Nicht nötig. Die... Nein. Okay, aber was das jetzt gebracht hat, habe ich auch keine Ahnung. Entschuldige, Luan. Siehst du nicht, dass ich in Eile bin? Komm, sag schon, was willst du jetzt? Ähm. Okay, da haben wir nicht wirklich was Neues. Ich gehe jetzt. Ich möchte dich nicht aufhalten. Ist gut, bis dann. Hm. Vielleicht findet man doch noch jemanden, wo uns das übersetzen kann. Agatha vielleicht. Ja, vielleicht auch nicht. Was kann man mit der Pfeile machen? Das wird nicht funktionieren. Wird man vielleicht eigentlich jetzt die Kapelle aufbekommen? Boah, ist das kalt. Ja, das meinte ich mit, ist das kalt. Dass man da durch den Ofen, wenn man jetzt den Kühlschrank aufgemacht hat, dass es noch kälter geworden ist und dass es was gebracht hat. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen, aber hm. So, dann wollen wir mal schauen. Funktioniert das hier vielleicht? Das leuchtet mir nicht ein. Okay, dann nicht. Hm. Hat sich sonst noch irgendetwas geändert? Ne, hier, oder? Doch, hier ist was Neues. Ernie, immer noch hier? Gina Basco, süße, wie geht's dir? Gut, äh, ich meine schlecht. Sehr schlecht. Aber gut, ähm, danke, dass du zur Beerdigung gekommen bist. Ich war doch sein Lieblingsaufseher und er mein Lieblingsirrer. Deshalb musste ich dabei sein. Außerdem, Happydale wollte niemanden schicken, obwohl, nach all dem, was passiert ist, ist der Psychiater völlig durchgeknallt. Ah, das fällt mir ein Witz ein. Die laufen alle kopflos rum, wie die Ehren. Okay. Nenn mich nicht Basco. Mein Nachname ist Timmins. Schämst du dich etwa für Basco? Ich meine, Brian. Und er hat die ganze Zeit wiederholt, wie sehr er dich liebte und wie toll du aussahst. Und der hatte genau hingesehen, der Irre. Okay. Ich schäme mich nicht für Brian. Trotz seiner Merkwürdigkeiten ist er der beste Mann, der mir je über den Weg gelaufen ist. Naja, bei deiner Laufbahn. Brian hat mir erzählt, deine Ex-Freunde waren, du weißt schon, nicht sehr empfehlenswert. Okay. Brian und ich sind nicht verheiratet. Ich weiß nicht genau, was wir sind. Dann bist du keine Witwe und er bleibt höchstens ein Verstorbener. Okay. Ich würde nur ungern auf den Namen meines Vaters verzichten. Ich habe ihn schon so oft missbraucht. Ach, dann hast du unter deinem eigenen Namen getanzt, da wo du gearbeitet hast. Ich dachte, es wäre ein Künstlername wie Diana oder Chantal oder... Woher weißt du das? Brian, du Schuft. Das wirst du mir büßen. Der wird lernen, den Mund zu halten. Ähm, ich mische mich nur ungern in euren Beziehungszoff ein, aber... Meinst du nicht, er lernt schon zu schweigen? Lassen wir das Thema. Mein Name ist unwichtig. Alles klar, Baby. Okay. Nehmen wir mal das hier. Warum hast du gesagt, dass in der Anstalt alle kopflos herumlaufen wie die Irren? Hast du es nicht mitbekommen, Baby? Es war vor zwei Tagen. Genau als das mit Brian passierte. Zwei Insassen sind geflohen. Dr. Bennett ist verschwunden, ein Büro ist zusammengebrochen und eine Krankenschwester, die ganz neu war, hat gekündigt. Und die sah vielleicht gut aus. Warum glaube ich, dass wir in einem späteren Kapitel das Ganze noch spielen werden und erfahren, was da eigentlich wirklich passiert ist. Bennett soll verschwunden sein? Derselbe Dr. Bennett, der Brian behandelt hat? Derselbe. Ich weiß nicht, ob er das Gutachten für die Richterin fertig hatte. Das, indem er sagen sollte, ob Brian verrückt war oder nicht. Aber so wie die Dinge heute stehen, wen interessiert das schon? Zwei Insassen sind geflohen? Ja, Jacob Corgan und Gabbo Spiegelman. Man sagt, sie wollten zu dritt fliehen. Aber Brian zog den Kürzeren. Okay. Kommt es dir nicht merkwürdig vor, dass in so kurzer Zeit so viel passiert ist? Nein, es ist wie im Kino. Elend und Katastrophen kommen immer in Scharen. Okay, dann fragen wir nochmal, was passiert ist. Kannst du mir nochmal alles erzählen, was in den letzten Tagen in Happydale passiert ist? Klar kann ich. Zwei Insassen sind geflohen. Dr. Bennett ist verschwunden, ein Büro ist zusammengebrochen und eine Krankenschwester, die ganz neu war, hat gekündigt. Zurück zu unserem Gesprächsthema. Gut. Dann nehmen wir mal das. Ich weiß allerdings nicht, ob wir das wirklich erzählen sollten. Aber probieren wir es doch einfach mal. Ich muss dir etwas über Brian erzählen. Schieß los, Baby. Ich bin dein Mann. Ist dir in den letzten Tagen etwas aufgefallen? Weißt du, Baby, ich glaube, Brian hat gewusst, dass was passieren wird. Er war sehr nervös und lief die ganze Zeit hin und her. Hat mit allen möglichen Leuten geredet. Mit allen möglichen. Es ist, als ob ein sechster Sinn ihm gesagt hätte, beweg dich, Kumpel, es geht langsam zu Ende. Fast hätte ich es vergessen. Brian ist der mit der Tüte. Die steht ihm gut, nicht? Klar ist vor allem, dass er sich gut eingelebt hatte. Oh ja? Wir haben es an dem Tag gemacht, bevor Brian... Also, du kannst es behalten. Ach, sehr nett. Wie originell. Ich wusste nicht, dass man sich bei Beerdigungen beschenkt. Aber danke. Für meine Lieblingsbrünette ist nichts genug, Baby. Und das nur, weil ich mich heute in Luan verliebt habe. Sonst... Okay, was weiß er denn über Brians Fluchtversuch? Was weißt du über Brians Fluchtversuch? Nichts. Nur was man sich so erzählt. Er hat versucht, durch die Luftschächte zu fliehen. Einer der riesigen Lüfter hat ihn geköpft. Armer, irrer... Autsch. Wer könnte mir noch etwas über Brians letzte Tage erzählen? Von den Leuten in Happydale hat Dr. Bennett Brian am besten gekannt. Der Doc ist auch verschwunden. Und Brians Fluchtkumpanen, Körgen und Spiegelman. Wird schwer für dich werden, Baby. Okay, dann das hier. Hast du ihn über irgendeinen Ort reden hören, den er gern besucht hätte? Hm, nein, ich erinnere mich nicht. Noch was? Was hast du wirklich von Brian gehalten? Was meinst du damit? Er hat ja schon gesagt, dass Brian sein Lieblingsirrer war. Okay. Fahr mal erst mal das hier. Meinst du wirklich, Brian war verrückt? Aber klar, Baby. Wie von der Tarantul gestochen. Tarantul. Das erinnert mich an Tarantula. Äh, ja. Aber ob das was damit zu tun hat? Hm. Glaubst du, Brian hat Kortsmeier umgebracht? Kortsmeier war der Soldat, oder? Ich weiß es nicht genau, Baby. Kann so oder so sein. Bei Verrückten weiß man nie so genau. Noch was? Sag mal. Brian ist am Leben. Baby, Brian wird in unseren Erinnerungen immer am Leben sein. Aber du musst einen Schlussstrich ziehen und weiterleben. Wenn ich Luen vergesse, rufe ich dich an und du wirst sehen. Okay. Dann nehmen wir noch das hier. Ich gehe davon aus, dass alle Brian wirklich für tot halten, oder? Vielleicht sollte ich dir das nicht sagen, aber als man ihn fand, war er... Na ja, etwas unvollständig. Kopflos? Das wusste ich schon, Ernie. Ich habe die Leiche identifiziert. Oh. Baby, wie unangenehm. Aber warum fragst du dann? Wer sollte es besser wissen als du? Ich sollte mir vielleicht abgewöhnen, die ganze Zeit über Brian zu reden. Das ist normal, Baby. Er wird immer bei dir bleiben. So, dann machen wir das hier mit Luen. Äh, reden wir das hier über Luen. Na, na, na. Das mit Luen hast du aber gut verschwiegen. Wie hast du das denn erfahren? Ernie, weißt du nicht, dass Männer leichter zu erwischen sind als Einbeinige? Ich wüsste gern, wie ihr euch kennengelernt habt. Na ja, auch wenn es nicht der richtige Augenblick war. Ich habe sie bei der Beerdigung bemerkt. Später, als sie beim Heckenstutzen war, bin ich zu ihr hingegangen und habe Hallo gesagt und noch dies und das. Sodass wir uns am Ende zum Bowling verabredet haben. Okay. Sie ist bis in die Knochen verliebt. Und Ernie bis in seine Baby. Sei mir nicht böse, ja? Du bist auch nicht von schlechten Eltern. Aber sie ist blond, verstehst du? Okay. Ihr seid ein schönes Paar. Sie sieht gut aus, nicht wahr? Lange her, dass ich mich in eine so schöne Braut verliebt habe. Wochen! Oh Mann. Ernie, das ist ja so einer. Mach dir keine Sorgen. Sie wird bald rauskommen. Das hoffe ich doch. Ich habe nämlich Lust zum Spielen. Aber denk nichts Falsches. Beim ersten Date gehe ich nie aufs Ganze. Ich versuch's wenigstens. Wahrscheinlich könntest du die ganze Woche über sie reden. Ich aber nicht. Baby, wenn du so ein großes Interesse an Luan hättest wie Ernie, dann hätten wir auch ein Problem. Oder auch nicht. Ich gehe wieder zu Brian, in Ordnung? Lass dich nicht unterkriegen, Baby. Nur die Harten kommen in den Garten. Da haben wir das Motorrad. Schauen wir uns doch mal das Motorrad an. Wirklich gut. Schade nur, dass Ernie nicht Marlon Brando ist. Er trägt eine Brille, aber er ist nicht blind. Okay. Kann er das Ding vielleicht für uns übersetzen? Nein, das kann ich noch gebrauchen. Ah, schade. Dann schauen wir uns doch mal das Bild hier genauer an. Zuerst lässt man mich eine enthauptete Leiche als Brian identifizieren. Und dann gibt man mir ein Foto, auf dem er eine Tüte auf dem Kopf hat. Allmählich kommen mir Zweifel. Ob er vielleicht doch den Verstand verloren hat? Ja, vielleicht. Okay. Hm. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal zurück. Vielleicht kann Agathe mir mit diesem Schreiben weiterhelfen. So, geben wir es ihr mal. So, jetzt halt. Kannst du mir diese Anleitung übersetzen? Sie ist auf Schwedisch. Schwedisch? Ist das eine tote Sprache? Ich glaube nicht. Dann kann ich sie nicht, meine Liebe. Obwohl... Wenn du auf dem Friedhof das Grab eines Schweden findest, könnte ich ihn darum bitten, sie für dich zu übersetzen. Aber warte mal. Vorher... Lass mich nachdenken. Vorher sollte ich mir sicher sein, dass die Hauptkraft dieses Gottesackers gutartig ist. Ich muss auf die Geister der Krypta warten. Sie manifestieren sich durch typische Geisterkälte. Sie manifestieren sich durch typische Geisterkälte. Das heißt, wir müssen jetzt ein Grab finden. Wenn ich es richtig verstanden habe. Wir müssen sagen, ob der Geist da drin gutartig ist. Aber vorher müssen wir hier... ...hier was machen. Okay. Naja. Probieren wir doch mal die Feile mit dem Stein aus. Ich soll den Block abfeilen? Ja. Natürlich. Ich kann den Mörtel entfernen, der die Blöcke verbindet. Dann wird es einfacher, den Stein zu bewegen. An die Arbeit. So dachte ich mir das. Wo ist denn wir jetzt? Wasabi? Nein. Die Füchsin ist noch drin. Und ich werde langsam müde. Ja, so machen wir es. Schlechte Nachrichtenverzähler. Unter keinen Umständen reingehen. Wir sollen auf sie warten und sie verfolgen. Alte Plaudertasche. Okay. So. Das war nicht einfach. Aber ich habe den ganzen Mörtel abbekommen. Gut. Dann können wir doch dieses Teil jetzt damit benutzen, oder? Ich habe den Mörtel abgekratzt. Aber der Lederriemen alleine kann den Block bestimmt nicht verrücken. Fertig. Das wäre bestimmt eine gute Art, den Steinblock zu bewegen. Aber dazu bin ich nicht kräftig genug. Okay. Können wir den jetzt noch mit dem hier verbinden? Äh? So. Jetzt. Hm. Das gefällt mir. Aber vorher sollte ich herausfinden, wo ich das Ende des anderen anbringen muss. Okay. Das kriegen wir doch hin. Denke ich. Oder auch nicht. Können wir den vielleicht irgendwie an den Engel hier dran machen? Gute Idee. Hm. Von hier unten aus... Wäre es nicht einfacher von irgendwo anders? Äh. Wahrscheinlich schon. Von hier aus hätte ich dann gesagt. Prima Idee. Obwohl... Ich habe da noch eine Idee. Ich weiß, es klingt merkwürdig, aber hoffentlich funktioniert es. Jetzt weiß ich bloß nicht, was wir machen müssen. Weil wenn der Engel runterfällt, passiert ja gar nichts. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dann wird er ja einfach runterfallen und das Ding wird er nicht dran ziehen. Ich weiß, es ist ja auch unser Leder Rehm. Hm. Jetzt ist die Frage... Das weiß ich nicht genau weiter. Und wozu soll das gut sein? Es hält den hinteren Teil des Engels. Jetzt müssen wir den wahrscheinlich wegkriegen. Die Frage ist nur, wie? Mit dem Seil... äh, mit der Pfeile? Nein, das tue ich nicht. Hm. Gut. Da... Weiß ich jetzt im Moment nicht weiter. Ob... Ob uns überhaupt dann noch was fehlt. Weil wir brauchen ja auch noch das andere Zeug. Äh, diese... Äh... Die Flex. Genau. Genau, das ist es. Für die Stahlseile brauchen wir die Flex. Und dafür müssen wir Luan wegkriegen. Gut. Dann sind wir immer noch da dran, dass wir... Äh... Diese Anleitung übersetzen müssen. Dann schauen wir mal, ob wir in der nächsten Folge ein schwedisches Grab finden. Okay, dann sag ich mal, danke fürs Anschauen. Macht's gut. Und bis der nächsten Folge. Tschüss. Okay, ich will da drob das Abentext hinfall. Wenn das Abentext hinkriegen. shouldรag hemmischen Lorbein. last Abentext hin Michelle.